Der nächste Angriff rollt, der Agne zum 3-2-1. Der Drachen ist erwacht, der Agne. Wieder Daniel Carr und er versucht es alleine und hier blitzt seine Klasse wieder auf. Schön, der Pass auf Forster, wunderbar, Tor! Diese Pass-Staffette zum 2-1 durch Damien Brunnen. Wahnsinn, dieser Treffen! Vorher, fasst sich ein Herz, Vorher! Vorher, der erfahrenste Play-Off-Spieler, setzt den Schlusspunkt nach knapp 105 Minuten. 104,58! Ausgleich! Dario Simeon! Raja Latour aus der Luft! Raja Latour mit einem Kunststück! Raja Latour! Raja Latour! Raja Latour! Raja Latour! Raja Latour mit der Konterchance und dann der Tscheche! Wow! Unglaublich! Hirschi Sekac mit dem 2-0! Aber der Wicht! Raja Latour! Raja Latour! Raja Latour! Das ist eine verrückte Geschichte! Raja Latour-Bolena TCC! zum 2 zu 2.